Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Genau, ich, wie komme ich zu meinen Folien hier? Ein zweiter. Achso, okay. Einfach nur ein zweiter. Gut. Ich gehöre zu Kongress Media, wir sind klassischer Veranstalter aus München. Einige hier im Raum kenne ich, die anderen, die mich nicht kennen, ich bin da verantwortlich für die Inhalte. Und wir haben vorhin schon viel von Storytelling gehört, Medien etc. Auch für uns ist es natürlich wichtig, dass wir unsere Themen da rausbringen. Veranstaltungen verkauft man nicht mehr so von der Stange, sondern auch nur noch mit Geschichten. Und deswegen müssen wir reflektieren, was passiert da eigentlich. Und ich fand es ganz schön, der Jochen Robes hat vorhin schon in einem Chart zehn Jahre zusammengefasst. Ich habe das jetzt ein bisschen in der Tiefe ausgerollt, weil ich nicht dieses eine Chart gefunden habe, eigentlich auch an dieser Stelle eher so ein bisschen Selbstreflektion gemacht habe. Was haben wir über diese zehn Jahre in unseren Veranstaltungen diskutiert und versucht habe, das dann in diesem Kontext, was ja die Aufgabe war, der lernenden Organisation zu stellen. Und da möchte ich euch einfach mal auf eine Reise mitnehmen, auf ein Theaterstück. Vier Akte kommen nachher mit ein paar Unterstenen. Ich hoffe, dass wir durchkommen. Ich habe mir Ziele gesteckt, so Zeitziele, die ich hoffentlich einhalte. Es gibt Folien da drin, die sicherlich einfach nur als Beleg sind. Ich habe immer zusammen Folien, auf die gehe ich tiefer ein. Und dann kommen danach immer so Sachen, was wir einfach in diesem Zeitspektrum diskutiert haben. Vielleicht nochmal zur Erdung, Einführung. Wir haben halt dieses Modell der lernenden Organisation. Für mich stehen dahinter natürlich die Themen kulturelle Rahmenbedingungen, Führungsstile, Methoden, Prozesse, die wir dann immer beleuchten müssen. Und wie hängt das im Kontext zusammen mit den sozialen Technologien? Ein immer wiederkehrender Experte auf unseren Veranstaltungen ist der Dian Hinchcliffe, den ich sehr schätze. Der bringt auch immer so ganz tolle Charts, ähnlich wie der Joss Bursin, den ich auch nachher noch drin habe. Der natürlich den Zusammenhang bringt zwischen, wir haben dort Technologien, die erlauben verschiedene Prinzipien, bieten neue Möglichkeiten. Die bringen natürlich auch, stellen Fragen auf, die halt irgendwelche Management-Theorien verändern, was dann wiederum auch zu Veränderungen in den Prozessen führt. Ich habe das jetzt hier nochmal ein bisschen strukturiert. Jetzt in der PDF ist es ganz gut, kommt es gleich als 1 Chart. In meinem PowerPoint wäre es hintereinander gekommen. Also wir haben dahinter dieses Social-Technologien, dieses soziokulturelle Interaktionssystem. Was weiß ich, dass wir da draußen natürlich Möglichkeiten, Prinzipien haben, jetzt neu zu interagieren. Die verändern etwas in diesem System, sei es in der Öffentlichkeit, mit Facebook. Medien müssen sich komplett umstellen, mit massenhaften Individualkommunikation, aber auch natürlich dann im Unternehmen, dass da neues Führungsverständnis, Kulturverständnis etc. aufkommt, was dann auch wiederum in Wechselwirkung, da gibt es keinen wirklichen kausalen Zusammenhang natürlich und es ist auch sehr unterschiedlich, je Unternehmen, man kann das sicherlich nicht verallgemeinern, was dann wiederum zu verschiedenen Veränderungen in Prozessen und Ablauforganisationen führt und letztendlich dahinter liegt immer so ein bisschen und darauf gehe ich jetzt einfach danach immer wieder ein in meiner Historienbetrachtung, so die zwei Aspekte, die ich da drin sehe bei diesen sozialen Technologien, sei es halt von Blogs und Wikis am Anfang über Enterprise Social Networks oder Facebook als öffentliche Netzwerke. Wir haben halt da immer so gewisse Performance-Merkmale drin, natürlich bieten sie die Möglichkeit, schneller miteinander zu kommunizieren, Informationen aufzufinden, aber sie verändern aufgrund von den Möglichkeiten wie Offenheit, Serendipity und der Emergenz der Entwicklungsfähigkeit, Nutzungsentwicklung, natürlich haben sie auch transformative Merkmale und das ist natürlich das Spannende, was dann sozusagen so einen Kreislauf darstellt. Auch das nochmal so Hintergrund, ich bin klassischer Lama, BWLer mit eigentlich Marketing-Hintergrund, habe mich mit diesem Thema dann halt irgendwann gesagt, okay, das hängt ja immer mit dieser Organisationsentwicklung zusammen und da kann man ganz schöne Zusammenhänge herstellen zwischen den klassischen Theorieansätzen in der Organisationstheorie, da gibt es ja verschiedenste Richtungen und natürlich den Möglichkeiten, die die sozialen Technologien an dieser Stelle bieten. Ich möchte jetzt gar nicht weiter darauf eingehen, wir kommen da teilweise dazu, aber das ist spannend sozusagen, diese alten Theorien herzunehmen und zu sehen, okay, die Prinzipien der sozialen Technologien erlauben jetzt sozusagen, dass man das, das hatten wir ja auch vorhin schon, so, dass das jetzt ermöglicht wird, dass das jetzt dezentral, überregional, sozusagen losgelöst von Raum und Zeit, mit asynchron stattfinden kann. Gut, auch da noch ein weiteres Verständnis als Grundlage noch, bevor ich in diese Historie reingehe, nochmal diese Unterschiede, was ich sehe, das ist ein Chart, was ich mir irgendwie 2011 so zusammengestellt hatte, dass ich halt einfach immer diese zwei Aspekte in den sozialen Technologien, sei es Einzeltechnologien, sei es den Netzwerken sehe, sie bieten halt die Auffindbarkeit von Informationen die Vernetzungsmöglichkeit auf der einen Seite und natürlich die Skalierbarkeit der Interaktion, dass ich mit massenhaften Leuten, also massenhaften Interaktionen einfach durchführen kann, losgelöst von Raum und Zeit, das ermöglicht natürlich erstmal, dass das einfach viel effizienter abläuft, als ich es vorher an einem Ort gebunden, Meetings etc., mussten Informationen ausgetauscht werden etc. und so weiter und auf der anderen Seite haben wir natürlich diese transformativen Merkmale, die da hinten dran stehen, dass es halt im besten Fall natürlich transparent ist, was dort stattfindet, offen ist, sich entwickeln kann, dass über Kommentare sozusagen Diskussionsströme erweitern, dass man etwas findet, was man vorher vielleicht gar nicht erwartet hat, das ist diese Serendipity etc. Also das sind diese Aspekte, die das Ganze halt spannend machen, die halt einfach diesen Drive reinbringen, dass da halt irgendwie Veränderungen stattfinden an der Stelle. So, das ist mal die Historie unserer Veranstaltung 2006 bis 2018, ist einiges auf dem Weg passiert, einige Veranstaltungen gibt es auch nicht mehr, einige sind fortwährend, da haben wir einfach so die zwei Strömungen drin, wir haben natürlich das klassische Informationsmanagement-Thematik, Intranet, also von der klassischen Intranet kommend, wollen Top-Down-Informationen organisieren und verteilen und das ist dann nachher übergegangen mit integrierten sozialen Komponenten, die dann sozusagen irgendwie zusammenlaufen. Daneben gab es halt eine Zeitphase, wo halt losgelöst nur diese sozialen Aspekte diskutiert wurden mit Enterprise 2.0-Thematik etc. und das ist so ein bisschen die Geschichte, auf der meine Geschichte, die jetzt kommt, so ein bisschen basiert. Ich habe vier Akte oder vier Zeiträume, die ich sehe, die wirklich so Entwicklungszeiträume darstellen, die an dieser Stelle immer wieder so Aspekte rausbringen. Und auf die möchte ich jetzt ein bisschen eingehen, ich gucke mal hier, Timer ist ausgegangen, gut. Gehen wir mal in den Akt 1 rein, das ist diese Frühphase, diese Frühphase 2008, 2012, also 2008, wo wir mit den Veranstaltungen angefangen haben. Sicherlich gibt es die Web 2.0 und Social Technologien viel früher, aber wo wir uns mit dem Thema beschäftigt haben und das ist ja immer unsere Sicht oder meine Sicht aus dem, was wir bei diesen Veranstaltungen diskutiert haben. Von daher kann man die Zeiträume natürlich ein bisschen weiter stecken, je nachdem, wie man es sehen will. Da sieht man halt irgendwie, dass der Web 2.0-Gedanke, da draußen diese Web-Logs und Wikis, dass die einfach ins Unternehmen reingetragen wurden. Und da natürlich immer wieder so diese Gedanken, oh, da ist jetzt was ganz Neues. Wir können jetzt out of the box, wir müssen nicht mehr auf unsere Corporate UK, also die Unternehmenskommunikation warten, dass sie da was publiziert im Intranet. Und ich brauche auch keine Autorenschulung für das Intranet, dass ich was publizieren darf in diesem hochkomplexen Content-Management-System, sondern ich habe einfach meinen Blog, wo ich da was reintrage. So, und das waren natürlich oftmals Evangelisten-Leute, die da was ganz Tolles, Neues gesehen haben, was ausprobieren wollten, sind im Wesentlichen natürlich Einzelfänomene gewesen, man muss es ganz klar sagen, Schattenprojekte, die dort abgelaufen sind, die auch zum Teil natürlich zu diesem Zeitraum gefeiert wurden, aber im Kontext des Gesamtunternehmens waren sie halt einfach nur so ein Schattenprojekt, was halt singulär einfach damals stattgefunden hat. Es gab natürlich keine sozio-kulturellen Veränderungen in dem Kontext, aufgrund natürlich des Ausmaßes, weil es immer nur auf Team- und Abteilungsebene oftmals war und wir hatten natürlich auch noch keine Prozess- oder Strukturveränderungen. Wesentliche Anwendungsbereiche in dem Fall waren Wissensmanagement, Innovationsmanagement. Das kann man jetzt, das ist dieses Chart jetzt mit diesen vier Phasen, Unterphasen zu diesem Zeitraum, das hatte ich mal 2012 bei einer anderen Veranstaltung, ich entschuldige mich auch, dass es jetzt so denglisch wird, aber ich habe einfach diese alten Folien mal zusammen kopiert. Da haben wir halt, am Anfang gab es halt, erstmal haben wir über das Neue diskutiert. Wir haben über das Neue diskutiert, okay, da gibt es halt diese ganzen verschiedenen Technologien, die kann man dann auch immer in klassischen Informationscontrolling-Kontexten sehen, da gibt es halt so ein tolles Modell, Informationscontrolling, Input, Output, Outgrowth, kann die direkten oder indirekten Effekte sozusagen ableiten. Das kann man theoretisch natürlich alles schön ausarbeiten, kann daraus Empfehlungen ableiten. Am Ende des Tages in der Realität ist natürlich nicht viel hängengeblieben, als dass da Revoluzzer waren, die das mal ausprobiert haben, reingebracht haben, ein bisschen was bewegt haben, Button-Up, natürlich überhaupt keine Management-Direktive dahinter stand, sondern wirklich Button-Up, einzelne Mitarbeiter in einzelnen Departments etc. irgendwas gemacht haben. Hier haben wir mal so ein paar Projekte aus der Zeit und da sage ich, okay, das war noch sehr stark Wissensmanagement getrieben. Da ging es immer darum, ja, Erfahrungen, Informationen zu erfassen, zu dokumentieren, weiterzuführen etc. in verschiedensten Abteilungen, immer mit diesem Aspekt, Wikisysteme, Blogsysteme etc. und halt, wie gesagt, immer dieser Abteilungskontext. Eine zweite Unterphase war dann, da hat sich das schon ein bisschen mehr formalisiert. Also man hatte dann schon größer gedacht, nicht mal so Abteilungskontext, sondern okay, das Unternehmen wird sich jetzt revolutionieren. Wenn man das betrachtet, was waren damals sozusagen diese Aspekte? Natürlich haben wir mit den Merkmalen sozusagen der Social-Technologie Discovery, also wir finden etwas leicht, wir finden neue Informationen, wir finden Informationen, die wir gar nicht gesucht haben, weil wir über Kommentare, Empfehlungen, Vernetzung darauf gestoßen worden sind, bis hin zu, wir binden die Massen ein, neue Ideen zu entwickeln, dass da natürlich out of the box gedacht werden konnte. Also vorher hatten wir diese klassischen ECM-Systeme, Content-Management-Systeme, ERP-Systeme, die die Prozesse klar geordnet haben, die Top-Down klar war, okay, in diesen Strukturen, Denkprozessen, Modellen wollen wir halt Sachen erfassen, ablegen, wegspeichern und dann gab es sozusagen hier eine neue Welt, die da hinten dran zu bauen war, wo man dann das nicht sofort offensichtlich erkennbare sozusagen jetzt aufdecken konnte. Und da gab es halt dann diese vier Felder, auf die ich vorhin da eben schon verwiesen habe, natürlich Knowledge-Management, natürlich ein neues, interne Kommunikation, die wechselseitig war, nicht nur Top-Down, sondern mit Kommentaren auch den Feedback zuließ und dann auf der anderen Seite natürlich auch schon eine Kollaborationsunterstützung. Das ging dann weiter, dass man sagte, okay, die ganzen Sachen müssen wir zusammen in einer Plattform, das gab es dann diese technologische Entwicklung, dass sich da Systeme rausgebildet haben, die das alles unter einer Plattform verdichtet haben. Da gab es natürlich dann die entsprechenden Anwendungscases dahinter, die dann schon weitergedacht haben und an dieser Stelle ist auch so, aus der Zeit habe ich das mal, wie hat sich so das Ganze im Unternehmen verbreitet und wer war da daran beteiligt? Wir hatten vorhin schon das Wort gehört, wer waren die Treiber dahinter? und damals war es immer so sehr stark ausgelöst von UK, also Unternehmenskommunikation oder Knowledge Management und von dort hat sie das dann irgendwie wie so ein Virus verbreitet von unten. Aber es gab natürlich nicht von oben irgendwo den Leitgedanken, oh ja, das ist etwas, mit dem wir unser Unternehmen verändern wollen. So und das wurde dann auch weitergeführt, dass es natürlich immer dieser Gedankenansatz des Enterprise 2.0 noch weiter ausgerollt werden soll und der natürlich jetzt unternehmensweit etabliert werden sollte und das hat sich dann niedergeschlagen, dass wir natürlich jetzt unterschiedliche Projektansätze hatten. Einerseits Projekte, die halt irgendwo weiterhin in einem, in dem bestehenden Unternehmenssystem irgendwo etwas verbessern wollten durch den Einsatz von diesen Technologien und auf der anderen Seite Case Studies damals schon, die den Gedanken hatten, okay, wir wollen etwas im Unternehmen ganz klar anders machen, verändern und deswegen setzen wir dieses System ein. Also das gab es diese zwei Zielrichtungen und immer fühlt es natürlich so, dass es da eine Wechselwirkung gab. Also man brauchte immer sozusagen die Tools, um auf einer Abteilungsebene oder auf einer Business-Ebene irgendwelchen Nutzen zu stiften und dann darüber hinaus über die Transparenz dieser Systeme dann Veränderungen zu erzeugen. Es haben sich dann halt irgendwie dieser Adoption-Gedanke hat sich herauskristallisiert, dass man das natürlich viel strukturierter machen muss und dass es verschiedene Phasen gibt, nachdem man das einteilen geht, dass es zu diesen Phasen natürlich auch unterschiedliche Brennpunkte gibt, die man oder Hürden gibt, die man zu überwinden hat, sonst kommt man nicht weiter, wie zum Beispiel, dass man einen sauberen Piloten hat, der Nutzen bringt, saubere Business-Effekte liefern muss, damit es halt irgendwie breiter und reifer wird, das Projekt, bis hin zu, dass man halt dann halt auch neue Organisationsmodelle, Ideen haben musste. Wobei dieser letzte, dritte Schritt an der Stelle eigentlich eher eine Vision war, als dass es wirklich damals zu diesem Zeitpunkt wirklich irgendwo Realität war. Wir kommen in diese zweite Phase, wo wir jetzt natürlich weitergehen, dass diese Enterprise Social Networks einfach so das Standard-Tool sind, das jetzt ausgerollt werden sollte. Sie waren losgelöst von den klassischen Intranet, von den klassischen Systemen. Wir hatten da natürlich ging es immer stärker darum, wie kriegen wir das in die Masse, in die Breite des Unternehmens rein von Leuchter, also es gab weiterhin einzelne Leuchtturmprojekte, aber im Wesentlichen waren es weiterhin so ein paar Schattensachen. Natürlich gab es eine größere Diskussion rund um die kulturellen Veränderungen, die damit einhergehen müssen, dass natürlich das System an sich so per se nicht funktioniert, wenn nicht der Freiraum dafür gegeben wird. Man hat angefangen über dieses Disengagement-Problem, was die Leute damals auch in der Studie herausgebracht haben, dass irgendwie 70, 80 Prozent, ich weiß nicht mal genau die Zahlen der Mitarbeiter einfach disengaged sind und deswegen das Unternehmen so schlecht läuft und dass man das ja jetzt mit diesen Enterprise Social Networks an dieser Stelle lösen möchte. Da waren wir dann in der Realität natürlich hat sich eine, ich habe es jetzt mal so gesagt, eine Parallelwelt etabliert. Also das, was John Kotler mit seiner dualen Organisation eigentlich methodisch realisieren wollte, hat sich dort zum Teil als Parallelwelt etabliert. Es gab klassisch noch die hierarchische Struktur und es gab dann in dem Moment an dieser Stelle natürlich die Enterprise Social Networks, also Netzwerke, die sich gefunden haben, die abseits der hierarchischen Struktur abteilungsübergreifend halt irgendwie angefangen haben zusammenzuarbeiten. Das kann man jetzt nicht sagen, dass es irgendwie strategische Richtung oder vorgedacht war, sondern dass es halt eher sich so ergeben hat und wir sind natürlich hier in den Anwendungsbereichen, das ist mehr in dem Kollaborationsbereich jetzt war. Hier so ein paar Studien, die das einfach nochmal belegen, die Jane McConnell von NetStrategy JMC, die macht da so eine weltweite Studie, Research, wo sie halt wirklich über Interview basiert immer jedes Jahr trackt, wie weit ist der Fortschritt hier bei der digitalen Transformation der Organisation und da hat sie natürlich in diesen Jahren da sehr stark auf diese Enterprise Social Networks fokussiert und da gab es dann einen klaren Boost an der Stelle, dass sich jetzt die Enterprise Social Networks ja im Wesentlichen sozusagen in der Arbeitswelt niedergeschrieben haben und natürlich kam dann immer wieder der Punkt, wir müssen nicht nur die Technologie, sondern natürlich auch die Leute mitnehmen, wir müssen die Prozesse anpassen etc. Aber natürlich war es immer wieder sehr stark noch Technologie getrieben, Technologie basiert, das sind so die Themen, die da in dem Laufe waren und wenn wir jetzt da, ich weiß nicht, ob das im Stream gleichzeitig zu sehen ist, wie gesagt, diese Bubbles sehen, wo wir bei 2012 sind, da sind wir ganz klar bei diesen Themen, okay, es geht jetzt mehr darum, das Arbeitsproblem, also dieses Engagement Problem, dass Arbeit kaputt ist, weil die Leute halt keinen Bock mehr drauf haben, in diesem Prozesssystem zu arbeiten, sie brauchen halt irgendwo diese Vernetzung, um dort wieder stärker einen Gesamtblick auf das Unternehmen zu bekommen und zu verstehen, warum sie das überhaupt machen, also dieses Sensemaking, das ist halt wirklich für die Leute halt auch wieder Sinn gemacht hat, ihre einzelne Tätigkeit im Gesamtkontext der Unternehmen zu verstehen. Also das waren so die wesentlichen Punkte, technologisch hatten wir halt da schon die Integration zunehmend von sozialen Konzepten dann mit den Intranet-Konzepten und dann kam so stärker halt auch dieses Cloud-Office. Komme ich gleich in der dritten Phase, hier auch nochmal, diese hat sich natürlich in der Diskussion stärker herauskristallisiert, dass wir diese Verbreitung und diese Veränderung im Unternehmen viel systematischer durchführen mussten. Also dass wir natürlich da neben den einzelnen Brennpunkten noch unter Ziele zu erreichen sind, die einfach dann für so ein Projekt wichtig sind. Dass man natürlich halt irgendwo den Piloten klar nachweisen muss, dass man am Anfang die richtigen Leute irgend so ein Ambassador-Projekt aufsetzen muss, also Leute finden muss, die wirklich intrinsisch motiviert sind, da mitzumachen, das voranzubringen, im späteren Zeitpunkt ein Sponsorship, noch später dann halt HR, um diese organisatorische, organisationale Transformation halt einzuleiten. Das will ich jetzt einfach mal überspringen, weil daraus lassen sich natürlich verschiedene Cases, auch das sozusagen, es lassen sich dann über die Phasen, muss es dann auch unterschiedliche Anwendungscases gibt, die dort stattfinden. Wir haben zu diesem Zeitpunkt so die ersten Fallbeispieler gehabt, die wirklich dann auf so einer organisatorischen Ebene, top-down gesagt, Ebene, ein Projekt gestartet haben. Nach langer Vorbereitung, das ist ein altes Chart vom Rüdiger Schönbohm, der das Projekt bei Bosch mit initiiert hat, was ja heute sozusagen immer wieder als Leuchtturm für die digitale Transformation angeführt wird und wo es da natürlich darum geht, der 2010, glaube ich mal, auf einer Veranstaltung, da hast du ihn mir vorgestellt, Joachim, wo er sich noch ganz viel vorbereitet hat und irgendwas 2012, 2013 auf eine Veranstaltung kam und gesagt hat, jetzt haben wir mal den ersten Roadmap für uns gemalt und das hat sich natürlich lange hingezogen, wurde viel experimentiert, aber auch hier ist klar, jetzt ist das Projekt findet nicht mehr irgendwo in der Ecke statt, sondern es soll einen gleichen Gesamtausschlag für das Unternehmen haben. Es ist gleich die Idee, okay, wir brauchen auch ein anderes Leadership-Modell, wir brauchen Guidelines sozusagen, mit denen Leute enabled werden, mit denen der Change klar systematisiert wird etc. Und wir müssen die Organisation mitnehmen. Also da ist sozusagen jetzt schon so ein gesamtheitlicher Blick auf die Veränderung drauf. Wir hatten dann zu dem Zeitpunkt so verschiedene Cluster, die ich gesehen hatte, Projekte, die früh gestartet sind, dann aber irgendwo stecken geblieben sind, weil sie nicht diesen gesamtunternehmerischen Blick Fokus oder Zieldimensionen im Projekt einfach hatten. Wir hatten diese neuen Projekte wie Bosch zu dieser Zeit, die einfach neu gestartet sind und natürlich schon eine Management Direktive hatten und wir hatten dann irgendwo im Mittelstand auch Sachen, die einfach mal übersprungen hatten, die einfach aufgrund von Marktgegebenheiten einfach sofort digitaler sein mussten, Medienunternehmen etc., auch eine Achsel Springer zählt natürlich zu denen, die einfach getrieben waren durch den Digitalisierungszwang und dann anders eine Notwendigkeit hatten, anders zu handeln. Hier nochmal so ein paar Folien dahinter, dass zu diesem Zeitpunkt natürlich sich herauskristallisiert hat, dass wir systematischer vorgehen müssen und immer zwei Ebenen neben der Technologie haben. Einerseits die organisationale Entwicklung und dann auf der individuellen Ebene natürlich auch das Enablement, die Befähigung der Leute mit den neuen Tools zu arbeiten, mit den neuen Arbeitsweisen wirklich umzugehen, also mit diesem Miteinander, mit der Teilhabe, das auch in ihren Arbeitsprozess einzubauen. Achso und dann auch noch der Punkt, dass sich das nicht automatisch, es war ja am Anfang immer so, okay, das sind jetzt so alles Graswurzelbewegungen, Web 2.0 war eine Graswurzelbewegung und das muss man nur unten anfeuern und dann bewegt sich das schon. Und man hat dann aber eigentlich festgestellt, dass im Unternehmen das sich natürlich nur zum gewissen Teil von unten entwickelt. Irgendwann, wenn man das in die Masse bringen will, braucht es auch Überzeugungstätigkeit, dann braucht es klassisches Change Management, was das dann sozusagen in die große Organisation rausbringt. Zu dem Zeitpunkt haben sich immer mehr die Diskussion natürlich um neue Organisationsmodelle gewickelt, weg von hierarchischen Modellen hin zu neuen Netzwerkmodellen, stärker wesentlicher Schlagwort an der Stelle war natürlich das Holacracy als neues Konzept, was dann immer wieder durch die Presse und durch die Experten Diskussion gegangen ist, was aber letztendlich dann auch erst noch zu beweisen war, dass es funktioniert. Wir kommen in diese dritte Phase, da kommen wir jetzt schon langsam in die Gegenwart und es werden auch jetzt pro Phase weniger Folien. Wir haben die stärkere Verzahnung von diesen transformativen Entwicklungen und den Performance Entwicklungen. Ich hatte vorhin schon angebracht, 2006 kam Microsoft mit ihrer Cloud-Offensive, dass sie die ganze Office-Suite einfach in die Cloud gebracht haben, das mit Sharepoint verzahnt haben, dann die Social-Tools, die sie eingekauft haben mit Yammer und sonstigen Ideen, Konzepten einfach damit immer stärker verzahnt haben. Wir haben dort Cloud-Konzepte, die einfach Produktivität Plattformen mit einzelnen Toolsets, die man zusammenbauen kann zu einer gesamtheitlichen integrierten digitalen Arbeitsplattform. Und das ist ja so die Idee. Man bringt jetzt einfach da wieder ein Toolset und nach Möglichkeit, hier bei Microsoft ist es halt immer nur eine Infrastruktur mit verschiedenen Werkzeugen und es obliegt dann dem Berater, der das zu einer vernünftigen Lösung für das Unternehmen zusammenbaut. Daran scheitern dann oftmals natürlich die Projekte, aber grundsätzlich haben wir natürlich hier jetzt diese Plattformen. Wir haben dann halt das Aufkommen von wieder klassischen Synchronen Kommunikationsformen, also Messaging Plattformen a la Slack oder Microsoft Teams, die dann stärker in den Vordergrund rücken und diese gesamte Integration. Es kam dann immer mehr zu diesem Gedankengut, okay, wir brauchen da ein Plattformmodell, wir brauchen eine Plattform mit Arbeitswerkzeugen, wo sich dann nach einer Baumarktidee ich als Abteilung Mitarbeiter XYZ hingehen kann, ich brauche jetzt für meine Arbeit das Tool, das Tool, das Tool und das kann ich mir zusammenklicken, wie aus so einem App Store und habe das dann alles zusammen in einem Konzept. Das ist sozusagen jetzt dann die Idee von so einem digitalen Arbeitswerkzeug Plattform, wie immer man das halt nennen möchte, Digital Workplace. Und da haben wir natürlich dann jetzt viel stärker diese Diskussion rund um die digitale Transformation der Arbeit, der Organisation, des Business, je nachdem auf welchen Leveln und mit welchen Expertengremien man zusammen diskutiert. Es geht darum, den digitalen Arbeitsplattformen, als Obersymonymbegriff für das, was ich jetzt angeführt habe, zu begreifen, sozusagen einerseits als Performance Support, dass ich schneller miteinander zusammenarbeiten kann, andererseits dann aber über diese integrierten Social Komponenten auch als Transformations-Enabler, Unterstützer, Funke, wie auch immer, zu verstehen. Und natürlich kommt jetzt hier viel stärker in diesem Zeitraum die Diskussion sich jetzt immer stärker um die kulturellen Veränderungen, das Digital Enablement, des Einzelnen, dass der wirklich digital befähigt ist, zu verstehen, wie er mit den Tools arbeiten muss, dass Führungskräfte ein Rollenvorbild darstellen, wie man digital arbeiten und führen muss, dass man natürlich Engagement-Kampagnen hat. Und natürlich das Ganze führt jetzt dazu, dass wir halt viel stärker dieses agile Organisationsmodell einfach hier ins Unternehmen reinbringen und das sind dann halt auch die Ansätze oder Leuchttürme für organisationale Veränderungen. Hier jetzt noch ein paar Charts dahinter. Wie hat sich dieses Plattform-Modell, das ist so ein altes Chart, das war noch 2013, da hatten wir noch diese verschiedenen Einzeltools, die dann irgendwie zusammenkommen sollten. Hier nochmal ein Chart von Dian Hinchcliffe, der dann gesagt hat, okay, wir haben diese Enterprise Social Networks, das muss aber auch, da muss reinfließen, was da drauf gemacht wird, wir müssen das analysieren, das kommt aus der Cloud etc., also das muss alles zusammenfließen, der Knowledge Stream sozusagen, alles das, was dort an Informationen eingestellt wird, wir hatten vorhin mal über Kontextualisierung gesprochen, an dieser Stelle sollten natürlich diese Informationen, die dort geteilt werden, halt einfach in einen Kontext gestellt werden. Dann gab sich darum herum natürlich diese synchrone, asynchrone Interaktion, also das Skype for Business, Slack etc., diese neuen synchronen Chat-Funktionen, dass die natürlich auch viel stärker in diesen Enterprise-Kontext wieder reingekommen sind, dass man das Ganze halt irgendwie in einen Gesamtzusammenhang bringt. Ich habe das mal hier zusammengestellt, was für mich sozusagen in diesen Digital Workplace irgendwie reingehört. Natürlich haben wir die Produktivitätstools, Projektmanagement, die ganzen Office-Tools etc. Wir haben das Messaging für die synchrone, schnelle Kommunikation miteinander. Wir haben auf der anderen Seite der asynchronen Interaktion natürlich die Social Collaboration Networks. Wir haben Dokumentenmanagement, wo an Dokumenten zu kommentieren ist, die in ein Gespräch reingeführt werden sollen etc. Gut. Ich bin auch gleich am Ende. Ich bin schon mal 2017. Wir haben halt wie gesagt zu diesem Zeitpunkt verschiedenste Use Cases und auch da habe ich wieder, ich versuche ja jedes Jahr zur Einführung von Veranstalten immer so Cluster zu bilden, wo stehen wir? Und das war irgendwie auch so ein Chart, wo ich dann irgendwann gesagt habe, okay, wir haben Projekte derzeit, die sich stark sozusagen um diese Kollaboration kümmern, sie wollen die Zusammenarbeit verbessern und setzen dort auf die Kollaborationsfunktionen. Wir haben dann natürlich die Unternehmen, die stärker an der Flexibilität des Unternehmens arbeiten, dass man mit Kollaborationsplattformen flexibler auf die sich ständig verändernden Marktgegebenheiten, Stichwort FUKA, an dieser Stelle eingehen kann, also da draußen verändert sich alles durch die Digitalisierung und wir müssen reagieren ganz schnell und dann auf der anderen Seite gibt es natürlich die, die generell halt einfach da eine Business-Transformation stattfinden wollen. Das überspringe ich mal, ihr kriegt ja die Folien, daraus ergeben sich halt einfach natürlich verschiedenste Aspekte wieder, die sich bei diesen Clustern herausgebildet haben. Hier nochmal der Punkt, was ich vorhin schon angeführt habe, der Digital Workplace wird immer mehr beidseitig, einerseits als Enabler für die digitale Transformation, andererseits als Enabler zunächst erstmal für diese Prozess- oder Produktivitätsverbesserung, die letztendlich dann aber wieder Change nach sich zieht. Also das ist immer so, auch hier natürlich über diese sozialen transformativen Merkmale an dieser Stelle auch so ein Yin-Yang-Konzept. Es hat sich immer mehr, auch hier wieder der Dian Hinchgriff, den ich immer gerne heranziehe, ihr merkt es schon, natürlich gesagt, okay, wir müssen den Aspekt der Community, des Netzwerkes im Unternehmen, die Vernetzung viel stärker reinbringen und die bringt dann sozusagen nachher das Unternehmen voran, die bringt das Lernen voran, die bringt die Entwicklung voran, da sind wir so ein bisschen, was Jochen Robes vorhin ja schon gebracht hatte, das ist dann für mich sozusagen, dass hier das, was man bisher klassisch als das implizierte Lernen natürlich hier einfach in so Netzwerkformen halt ja strukturiert oder etabliert institutionalisiert hat. Daraus ergeben haben sich jetzt dann auch wieder jüngst irgendwie verschiedenste Zielsetzungen, die ich in den Projekten sehe. Wir haben auf der einen Seite natürlich Projekte, die stark an der digitalen Transformation arbeiten, auf der anderen Seite nur die einfach an diesem High-Performance-Gedanken, an dieser Produktivitätssteigerung arbeiten, dazwischen haben wir so Abstufungen, einerseits Abstufungen von Firmen, die halt irgendwie klar irgendwie eine Marktveränderung haben, dass sie viel kundenorientierter sein müssen, da treibt der Kunde sie dahingehend, was wir in dem ersten Vortrag gehört haben, dass sie halt zusammenarbeiten müssen im, also Customer Service muss mit der Produktabteilung zusammenarbeiten, mit dem Invoicing, mit der Rechnungsstellung zusammenarbeiten, weil es ein Kundenproblem gibt. Und da brauchen wir halt irgendwie eine Lösung, die diese Zusammenarbeit einfach organisiert. Auf der anderen Seite gibt es Unternehmen natürlich, die getrieben dadurch sind, dass sie am Markt nur bestehen, dass sie innovativ sind. Und da geht es dann halt um die Innovationskultur, die etabliert werden müssen. Also das sind Zielsetzungen. Und das Letzte, das ist jetzt so, wo HR jetzt wieder stärker reinkommt, nämlich dieses Ansetzen an diesen Engagement-Problemen, haben wir heute vorhin auch schon gehört, besteht der Anspruch der Mitarbeiter immer mehr, dass natürlich Arbeit wieder begeisternd sein soll. Also wir haben Spaß machen, haben wir vorhin mal glaube ich gehört, Fun at work, etc. Und das muss ein Erlebnis wieder werden. Ein Erlebnis von der Bewerbung bis zum Ausscheiden aus dem Unternehmen und der Zusammenarbeit dazwischen. Und das ist das, was halt diese Employee Experience dann ausmacht, wo auch der Börschen, den ich gleich noch mal anführe, sozusagen da sein Fokus natürlich auch sehr stark drauf setzt. Wir haben dann wesentlichen Aspekte natürlich jetzt dieses Enablement, jetzt kommen diese Aspekte wie Working Out Loud, dass wir massenhaft die Leute in so Netzwerkgedanken losgelöst von Technologien erstmal reinbringen wollen und digitales Arbeiten oder überhaupt der Gedanken, den Nutzwert aus einer Zusammenarbeit, aus einer vernetzten Zusammenarbeit einfach etablieren wollen. Und da bietet sich natürlich diese Methode des Working Out Louds an, wie Bosch sie natürlich sehr stark in die Breite getrieben hat, unter anderem. Das Ganze ist natürlich an dieser Stelle eine Zusammenführung von Einzeleinsetzungen. Ich habe hier mal einen Chart von dem Arajaki rausgeholt, der natürlich sagt, Working Out Loud ist nichts anderes als Zusammenführung von Sachen, die es vorher schon in Learning-Ansätzen gab, natürlich. Community of Practices, etc., Social Networks, etc. Das Verein bildet letztendlich nachher das Working Out Loud ab. Wir müssen jetzt auch umdenken, wenn wir auf der Organisationsebene sind, in neuen organisationalen Modellen, dass wir ein Betriebsmodell schaffen, dass wir ein technisches Plattformmodell haben und auf der anderen Seite brauchen wir jetzt auch ein organisatorisches Plattformmodell. Das haben wir heute Morgen auch schon ein bisschen gehört in dem ersten Vortrag, dass wir jetzt so gewisse Grundkompetenzen vielleicht im Unternehmen haben, sie für alle bereitstellen als Services und dann gibt es Ausprägung, je nachdem, was der Kunde, wie mit dem Kunden oder welche Ansprüche der Kunden an das Unternehmen bringt und da müssen natürlich so Schnellboote drauf aufsetzen. So und da geht man natürlich in Richtung, dass man viel stärker Netzwerkorganisationen denkt, um das Ganze abzubilden in Plattformen und Pods, die oben drauf sitzen, das ist das Modell von Dave Gray, über die vernetzte Firma, das sind so die Modelle, die jetzt auf der organisationalen Ebene sozusagen natürlich auf dieser Technologie jetzt obendrauf diskutiert werden. Wir kommen zum letzten Akt, zum Glück 2018, da sind wir jetzt, sind auch nur zwei Unterfolien, wir haben halt an dieser Stelle jetzt natürlich viel stärker diese Employee-Centricity, also der Mitarbeiter im Mittelpunkt, der Mitarbeiter muss wieder im Mittelpunkt der ganzen Transformation gesetzt werden, es muss ihm Spaß gemacht werden, wir müssen ein digitales Arbeitserlebnis haben und wir müssen halt natürlich so ein Sensemaking drumherum gestalten. Das ist so ein bisschen der Aspekt und da zählt natürlich auch, warum jetzt Working Out Loud so eine Massenbewegung ist, weil genau die Methode natürlich jetzt massenhaft einfach wieder ein Sensemaking. Leute, die vorher halt irgendwo nicht mehr wussten, warum sie überhaupt dort arbeiten, schaffen jetzt über den Austausch, über den abteilungsübergreifenden Austausch innerhalb von zwölf Wochen, kriegen sie wieder Spaß an ihrer Arbeit oder haben neue Ziele entwickelt und da kommt natürlich eine ganz neue Motivation rein. So, wir haben da natürlich diesen Status Quo, Digital Workplace, wie sie sich ja entwickelt hat, jetzt zu so einem Plattformmodell, wo jetzt auch viel stärker so Chatbots, Ideen, KI etc. reinkommen, wir haben das Thema, ja Chatbots hatte ich schon genannt, wir haben das Thema Employee Experience getrieben von der Kunde draußen will natürlich mehr Erlebnis haben, also der Mitarbeiter intern will auch mehr Erlebnis haben, da müssen verschiedene Aspekte mit reingebracht werden, die Vernetzung, die einfache, simple Benutzung der Tools, das sind so Usability Basis Aspekte, die aber natürlich, wir hatten heute Morgen ja auch über ERP-Systeme gehört und die Anwendungsfreundlichkeit dieser Systeme und dass wir da natürlich halt das jetzt wieder viel einfacher nutzbar machen müssen und natürlich kommt dieser Gedanke da rein und da sind wir beim Börsen, der schon angeführt wurde, der wirklich diesen Employee Experience sozusagen jetzt als diesen neuen New Work Ansatz an dieser Stelle halt darstellt. Start ist die letzte Folie, das ist sozusagen die Zusammenführung aller meiner Gedanken in dieses, vielleicht auch Ausgangspunkt für die Diskussion, dieser vier Akte und wie sie diese, wie sie dann reinfassen in diese lernende Organisation. Ich will jetzt nicht auf diese einzelnen Unterpunkte eingehen, der Punkt ist, wir sehen, dass über diese vier verschiedenen Phasen, das ist natürlich ein Reifegradprozess, der sich erstmal in der Diskussion durchgesetzt hat, jedes Unternehmen geht selber, ihren Reifegradprozess durchläuft, diese verschiedenen Phasen, natürlich steigen wir heute viel später ein, als die Unternehmen, die 2008 eingestiegen sind, da gibt es natürlich Unterschiede, aber daraus lassen sich natürlich Aspekte ableiten, die ich jetzt einzeln schon angeführt habe, die ich einfach hier nochmal zusammengeführt habe. Okay, herzlichen Dank, Björn. Applaus